Sarah Gut-Berami in der Gesamtwertung des Frauen-Weltcups, die fehlende Michaela Schiffrin überholt hatte, gewann sie am Freitag eine kurze Abfahrt und rückte in der Disziplinenwertung näher an die verletzte Sophia Godger heran. Gut-Berami, die eine Siegeserie von vier Rennen vorzuweisen hat, war auf der Strecke von Mont-Laschaux 0,21 Sekunden schneller als ihre Schweizer Landsfrau Jasmin Flöry, zur Freude des heimischen Publikums, und sicherte sich damit ihren ersten Abfahrtssieg seit mehr als zwei Jahren. Auch die österreichische Eiskunstläuferin Cornelia Hütter belegte zeitgleich mit Flöry den zweiten Platz. Es war das erste Abfahrtsrennen, seit die Saison der Disziplinspezialistin Godger vorzeitig beendet wurde, nachdem sie sich bei einem Trainingsunfall zwei Knochen im rechten Bein gebrochen hatte. Gut-Berami lag 41 Punkte hinter Godger, der in den letzten drei Saisons jeweils an der Spitze der Weltcup-Abfahrtswertung stand. In dieser Saison gibt es drei weitere Abfahrtsrennen. Darunter eines am Samstag in Crong-Montana. Ein Rennsieg ist 100 Punkte wert. Am Sonntag findet in Crong-Montana auch ein Super-G statt. Der 32-jährige Gut-Berami überholte Schifrin am vergangenen Wochenende mit einem Riesenslalom-Sieg an der Spitze der Gesamtwertung. Sie baute ihren Vorsprung am Freitag auf 105 Punkte aus. Wobei Schifrin immer noch wegen einer Verletzung am linken Knie ausfiel. der kurse Knie不 regen девmen Tx-G exploration hatten. die Schifrin auch weiterhin nochmals verankiliert in die Linne verantwortung ist.